Und damit herzlich willkommen zurück zu Digimon Gucken, wo uns das überhaupt hinführt, denn ich habe überhaupt keine Ahnung Der letzte Part ist schon wieder keine Ahnung wie lange her ZACK Oh, ich glaube mich entsinnen zu können, dass ich das letzte Part irgendjemand mitgekriegt habe Von wegen, dass man einen gewissen... Oh, das ist doch gar nicht egal Macht doch echt keinen Sinn Naja Dass die Digimon nur bis zu einem bestimmten Level kommen können Um quasi... Äh, bis quasi... Bis sie quasi digitieren müssen, sage ich jetzt mal Sowas in der Richtung Habe ich glaube ich jetzt zumindest, dass ich das richtig mitgekriegt hatte Ich hatte nämlich einen Digimon dabei gehabt, was ich nicht mehr leveln konnte Aber irgendwie... Und... Naja Lockout, ja Lockout Locke mich out Locke mich out Was ist übrigens weniges... Ist also irgendein Humanimon Exchange Was ich machen könnte Oder was ich machen soll Keine Ahnung Wir gehen einfach mal effective これは능 going Hoffe ich zumindest Nimm, Playstation. In der Lobby, oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Ich nix Ahnung. Es ist schon wieder ein paar Wochen her, dass ich jetzt mal gespielt habe. Ja. Die große Schmerz von deinem Körper sehen, ist nicht zu kalt. Ah. Ich bin gerade so ein bisschen ruhiger, wenn ich mit, wenn ich hören kann, ab wann der Punkt eigentlich dann ist, wo ich dann drücken muss, dass ich quasi weiß, dass er, ah, jetzt hat er aufgibt zu quatschen. Das ist immer so schwierig, wenn, wenn, wenn es halt eine japanische Synchro ist. Wir haben hier das Busenwunder vor uns. Ich will nicht, wenn ich dich in deinem Körper zurückgekehrt will. Was ist das für dich, was ist das für dich? Ich will die Wahrheit wissen, ob ich nicht weiß. Deswegen wünsche ich mir für solche Spiele eigentlich so eine Art, naja, Auto-Modus. Dass man gerade nur die Tasche drücken muss, damit er dann weiß, ah, jetzt, jetzt lasse ich das Gespräch durchlaufen ohne irgendwelche Komplikationen sage ich jetzt mal. So wie es bei Hyper The Batch eine Tunis zum Beispiel ist. Ich bin der Frau, ich bin hier. Naja, was soll ich? Man kann ja nicht alles haben, wenn man so schön sagt, wa? Ich bin der E-Den und D-In-Long-Hand-Sein. Oh. Ansonst, meine Fremden wird ich beobachten. Ich werde mich dann bei der E-Den-Long-Hand-Sein. Emissionen Vorfolge des Anfassungsprojekts Siehst du, dass ich mich über Geruchsfunknummer um über die Verlegung des Transkurses Und ich habe es geschnitten. Ok! Ich habe hier irgendwann ein Das ist nicht zu tun Ihr sind ja in diesem Fall Aber ich muss diesen Fall Der Fall in dem Fall Das war aber nicht Es wird auch gar nicht funktioniert, den Knopf dazuzumachen, so wo der Knopf sitzt, ey, das macht doch keinen Sinn. Naja, okay, muss halt egal sein. Ja, ich achte auf sowas, tut mir leid, Leute. Tut mir einfach leid, tut mir leid. Das ist ein Schicksal, das ist mein Schicksal. Pff, ernsthaft. Das kann doch nicht schmecken. Das ist auch ein芸er, aber der味道 und der Knie sind auch sehr gut. Okay, wer so rumlöft, sülft auf so eine Scheiße. Okay. Okay. Ich weh jetzt mal nicht an. Nup, schluck. Nup, 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 nup. Nup, nup, nup. Nup. Nup, nup. Aha, okay, ja, save, save, die ganze Scheiße, ne, ne. Saving. Saving war schon, sass, 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 sass wohl, keine Ahnung. War erfolgreich, Mensch. Ach ja, so ist das halt, so ist das halt. Oh, ein Anschlagbrett. Chapter 2. Search for the Father. Yuko Yamashima. China. Hm, which, which chapter 2? Ja, okay. Ich, ich reache Chapter 2. Äh, naja, egal. Auftragsbrett. Ein... Klienko-ki-gu-k-k-Ioko-k-ri-i-i-i-ni-i-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Ich hab' ihr bietet. Top-Quality-Beans. Was? Äh, bitte was? Take some case. Ich versteh's nicht. Oh, eine Katze. Eine Mieze. Eine Mischi. Nein, warte mal. Hilfe. Sie hat mir bald explodiert hier meine Playstation, das ist ja schlimm. Was die für Geräusche macht, ey. Knacks, knacks, hier, knacks, da. Oh, Gott. Ich hab mal Angst bei der Scheiße. Okay. I can now. I can now making, scanning, physical, irgendwas. Keine Ahnung. Oh, Gott. Ich sage nicht, das geht nicht! Das reißt ab! Das wollen wir doch mal sehen! Ja... What the heck? Fun... Function Call... Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das immer... Wo das immer... Im Normalfall ausspricht, im Englischen ausspricht, Punkt Mensch... Naja... Deine Mutter... Nett... Okay... Geht ihr Angst? Ich brauche einen Kaffee, Jungs, Mädels... Oh, da ist er Ommo... Guten Tag... Das ist ein Platz, wo er ins Helm... Okay... Nett... Fall in ein Kolosseum... Mal gucken... Was das ist? Bronze Cup. Okay. So eine Art Duell-Arena oder so ähnlich. Nur halt eben. Getarnt als Spielautomat. Gut. Sehr schön. Hat funktioniert? Und wir level trotzdem wunderbar. Next battle. Get ready for the next battle. Okay. Heavy Strike. Get ready for the next battle. Kometenhammer. Boing. Das Gute ist, dass es von Erfahrungsgruppen ist. Das ist schön. Gar nicht mal so wenig. Was ist denn das? Kenn ich ja gar nicht. Aber zuhauen tun sie auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Boing. Yeah. Jetzt kommt die goldene Mitte dran. War aber nicht ganz so gut. Das ist ein bisschen stärker. Critical. Oh. Oh. Zack. Boing. Wird schon wieder ein Level ab. Ich krieg die Krise. Oh. Oh. Kennen wir noch gar nicht. I won't hold back. Just won't. Ja. Kind. Okay. Aber jetzt bin ich geheilt. Was ist das in die Mieze Katze? Hey. Moment mal. Was ist denn du hier? So warte mal. Ah. Äh. Okay. Das ist ein bisschen stärker. Tokomon könnte... Das könnte Tokomon nicht überleben. Warte mal. Change. Warte mal. Koromon nimm mal rein. Koromon komm rein. So jetzt. Skill. Wuhuu. Brumm. Ja. Wie miet die Katzen. Wie schlimm ist das? Ja. Ist gut. Ey. Ist gut. Ja. Ist gut. Mensch. Mensch. Jetzt geht noch. Ja. 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 Mensch. Ich muss ein wenig Laurensitungen holen. Zack. Ja. Das gewinnt mir doch noch, oder? Wind Claw. die gute 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 pang ja wir haben gewonnen so schon wieder ein level ab ja ich glaube zunomon kann nicht mehr leveln wie ich das sehe koromon auch nicht die arbeitenden können noch leveln ok soll mir gerade oh 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 das könnte ein bisschen heftiger werden ok lassen wir das ich glaube ich nehme lieber weißer wasser element das könnte vielleicht sogar ja wasser element passt besser naja es bringt nicht viel wenn er wenn die nicht stark genug sind kritiker gott 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 ich habe es geaheint kann ich den wechseln gut level kann sowieso nicht mehr das ist halb so wild so beisien oder ne du nicht aber halt drauf rockbreaker den will ich auch irgendwann haben das viel das ist cool finde ich irgendwie cool heavy strike oh ne wir machen bubble wir machen bubble komm schon schiffen wir und schiffen wir ein feuerangriff bringt mir nicht viel ja ich habe ihn 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 ich oder so eben nebenbei ein Online-Kontosseum Turnier gewonnen, nenne ich das mal. So, man könnte es nur nebenbei. Ja, ja. Oh, knack doch nicht so, du blöde Konsole. Das gibt's doch nicht. Oh, ich ne Frösse. Kann man so schön so gute Spiele haben und dann ne... ...ne Konsole machen. Naja, mir sollte es egal sein. Solange sie funktionieren, ist alles okay. Mhm. Thank you very much. Thank you very much. Ja, okay. Gehen wir da. Ich mag das Spiel ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Hm. Wo ist jetzt ihr Büro? Hier. Ach ja. Mensch. Karpenschöps da vorne. Hä? Sie verarschen? Noch ja. Noch ja. Ach so. Hä? Sag mal. Ich bin durch die Treppen wieder hochgegangen. Hast du in die verdammte Scheiß Detektei gehen oder was hier? Das hier, das ist Toilette und so weiter. So wie es aussieht. Was ist das? Wenn ich irgendwo wieder komme? Was ist das? Was ist das? Das ist doch eigentlich die Detektei hier, oder? I feel like there are some on heaven with. Haven't met. Look around Broadway a little more. Was ist das? Ach so, ein bisschen mehr hier in die Etage rumlaufen und rumgucken. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ich kenn die doch schon. Ach, hinten war ich schon nicht okay. Ähm, du. Okay. Okay. Äh. 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 Wie viel People soll ich denn noch treffen? Ich mag nicht People treffen. Ja. 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 Was habe ich gesagt? Jeden doch! Jeden doch! Ich bin doch! Ich bin doch! Ich bin doch! Ich bin doch! Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin doch der Mann von der Heiden. Also keine Ahnung. Ich bin der Mann von der Heiden. Hmm, I will take you to the limit, oder so. Achso, das war bloß die. Die beantwortet mir ja gerade bloß meine Fragen. Ne, erstmal nicht. Ich habe gerade genug gefeitet in der Kolosseum. Wie soll alle hier rumstehen, ey? Wie, wie auf dem Teller platziert. Oh! There are some items. You can obtain these in various places and selling them to the metal man. You can get money and wear them in the collection. Okay, okay. Okay, cool. Was? Metal Nerd Boy. Was sind das quasi? Show me your collection. No, no, no. All 500, your mother! I want to sell Ja mach mal Jetzt kann ich bestimmt auch da jetzt mal seine Lektion ansehen gucken was er so drin hat Zwei elf stück hat er drin Nur erstmal die elf finden die man quasi hat Hier sind drei in der Liste Da müsste man die Liste komplett so durch Achja hier haben wir den Das Kuhne-Mon Oh ein Gummy-Mon Und der Gummy-Mon Und der Koromon Nummer 172 Nummer 3 Tanem-Mon, Zunem-Mon und Oh Zumem-Mon Zumem-Mon und Zunem-Mon Okay Das sind Namen Das sind Namen Das sage ich dir Papu-Mon Puni-Mon Puni-Mon Hier Botamon und Und Pio-Po-Mon Okay Hier ist irgendwo Alter da war es Mino-Mon Oh Okay Ich Langsam mal mit allen geredet Oder Soll ich mit noch mehr Leuten reden Ich bin Ich bin Ich bin Better ich habe schon mit Leuten geredet wie viele Leute soll ich noch reden Och hier Ok Oh 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 cried Ich habe das Gefühl, dass ich mich als Kind war. Wenn ich mich sehr interessiert habe, kann ich mich immer behebieren. Ich habe mich immer wieder geblieben. Ich habe mich auch nicht geblieben. Entschuldigung. Halt, meinst du? Du bist ein Kugel- und Schmuckgäste 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 Was ist das? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich habe mich sehr gefühlt. Ich weiß nicht, dass ich ein Hacker bin. Ich bin ein Hacker. Ich bin ein Hacker. Nein, 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 Moment, Moment. Ich bin ein Hacker. Ich bin ein Hacker. Das ist ein bisschen depresend. Mach mich nicht, fertig. Ich bin ein Hacker. Wenn ich mich in diesem Moment höre, dann hör ich mich nicht. Ich bin ein Hacker. Ich will keiner haben. Das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, mal hier zu saven und zu cuten. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschau.